Windsor, Prinzessin Kate und ihre Kinder brauchen Ruhe und viel Zeit. Dafür wird vor allem Prinz William sorgen, der sich in einer Art Schutzmodus befinden soll. Britische Thronfolger und ihre Kinder brauchen Zeit und Kraft Prinzessin Kate, 42, hat Krebs. Diese Horrordiagnose gab die Thronfolgerin am 22. März in einem offiziellen Video bekannt, nachdem sie bereits im Januar am Unterleib operiert worden war. Nun ist Prinz William, 41, noch mehr gefragt, sich um seine Familie zu kümmern, als die Wochen zuvor, denn Kate befindet sich in der Behandlung einer präventiven Chemotherapie. Zu Beginn der Osterferien ihrer drei Kinder, George, 10, Charlotte, 8, und Louis, 5, hat sich die Familie auf ihren Landsitz an Mahal bei Schloss Windsor zurückgezogen und soll von dort aus die gemeinsame Zeit genießen und Kraft tanken. Prinz William im Beschützermodus Wie ein Mitarbeiter der Thronfolger gegenüber der Sunday Times verriet, soll William seine Ehefrau und die Kinder zu schützen versuchen, indem sie bis zum Ende der Osterferien am 17. April auf dem Landsitz von der Welt abkapselt und dort verweilen werden. Laut der Quelle soll sich der 41-jährige Prinz aktuell in einer Art Schutzmodus gegenüber seiner Frau und der Mutter seiner Kinder befindet. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass William als Kind auf tragische Weise seine Mutter Prinzessin deiner 36, verloren hat. Während Kate weiter behandelt wird, scheint es für die Familie keinen schöneren Rückzugssort, vor allem für die Kinder, zu geben. Immerhin haben sie bereits viele schöne Erinnerungen durch gemeinsame Urlaube an diesem Familienort sammeln können. Vielleicht wird auch der Thronfolger bei ein bisschen frischer Landluft und Ruhe atmen können. Vielen Dank.